Wer ist das hier? Alter, das geht ja mal richtig ab man. Ja, ist ja auch die 18. Welle. Boah, Alter. Wenn ich mal bis 10 zählen könnte. Achso. Du wolltest 8 sagen, du hast dann 8 drehen gemacht. Nein, das ist die 7. Welle. Ja, genau. Welle 7 steht doch hier. Ja, und ich wusste nicht, welche Welle. Das hängt einfach ab. Du bist bisher in jeder Welle gestorben. Ja. Ab Welle 3 aber erst. Oh nein, Helikopter kriege ich nicht. Scheiße. Wieso? Helikopter kriege ich nie. Du musst einfach mit dem Punkt ein bisschen hinterher gehen, die Richtung, wo er fliegt. Ja, die schießen mich meistens ab. Ja, nee. Ich dachte, die gucken dich an. Ja, komm. Der soll doch mal auf sein Versteck kommen jetzt. Eben, René. Geh raus. Der soll einfach mal... Nichts bei mir die Bombe, Junge. Welche Bombe? Der hat eine Bombe gesetzt. Hä? Granate geworfen. Ja, oder Granate. Das macht ihn nicht. Voll meine Risse. René verkackt nicht. Das wäre jetzt mit Absatz... Mein Deutsch. Ist nix Deutsch. Dein Deutsch ist sehr gut. Dein Deutsch is not the yellow from the egg, ne? Von wegen, du triffst nicht. Du hast einen Raketenwerfer, René. Komm, René. Du schaffst das. Yay. Super. Er hat's geschafft, René. Ab jetzt darfst du dich freund nennen. Kommt dann noch was? Jetzt bist du keine Schande mehr. Kommt dann noch eine Welle oder was? Ah, jetzt mal. Irgendwie fehlt da noch ein Prozent, war? Oh, wo bleibt der? Also. Ah, das spielt gerade ein Leg. Ich musste erst mal bis jetzt realisieren, dass der Heli weg ist. Ich musste erst mal realisieren, dass ich so gut war. Und den Heli weg abgeschossen habe. Ja. Ich übertreib's nicht. Ey, das war eher ein Dis gegenüber von mir. Okay. Aber ey, ich hab schon... Ey, ich hab schon 488 Dollar eingesammelt. Ich muss dir erst mal überweisen, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ja, warum nicht? Ich hab 306. Bitch, please. 400? 300? Boah, mal, mal, äh, hier. Äh, Maxi. Ja? Äh, ich hab ne Aufgabe für dich. Ja, bitte. Schneid über jede Beleidigung, die ich sah, in Piepton. Äh, die ich sah in Piepton. Nee. Ich will gar nicht, da ist die Porno... Da ist deine Runde noch zensierter, äh, dein Video noch zensierter als jedes Porno-Video. Ja, das glaub ich auch. Okay, blöder Vergleich, Porno-Videos sind nicht zensiert. Da ist es noch zensierter als Porno-Videos auf dem Kinder-Kanal. Ja, wenn es überhaupt da irgendwelche gibt, ne? Max, du stirbst nicht durch Granaten von mir, oder? Ähm... Nein. Bist ihr sicher? Ja, auf jeden Fall sicher, wa? Ich will jetzt nicht austesten. Eigentlich wollte ich dir austesten, aber... Werfen wir eine Granate an den Kopf, René. Mach! Werf einfach mal so eine richtig geile Granate. Und die mach ich jetzt mal platt hier. Ja, Maxi, äh, gucken Maxi an. Gucken dir an. Alter, Junge. Du wirst nicht so, ich zieh nicht. Ja, komm. Du bist Versuchsobjekt, sei vor, dass du beachtet wirst. Ja, klar. Oh, der hat aber mal geschrieben, so. Der eine steht hier. Mal, René, ich schau mich mal an. Der eine steht hier und schaut mich an, wie ich da hinten an der Ecke stehe. Ah. Alles klar. Ah, ich bin Munitions-Tot dort. Na, geh ich wieder mit der Pistole ran. Ja, geh mal. Ey, der war mir, René. Ich schieß ja auch auf dich. Headshot. Und noch einen Schuss und ich bin tot. Team-Mitglied ist gestorben. Jede Welle. Ich bin so schlecht. Nein. Ja, okay, ich hab auch nur Pistole. Mit einem MP oder so wär's viel einfacher. Ich hab ihn wirklich nur mit einer Pistole da. Jetzt, die Welle darfst du nicht sterben. Du musst den Helikopter machen. Ja. Welle 9. Kommt doch kein Helikopter. Da kommt nicht erst Welle 10. Ja, Welle 10 musst du dann machen. Ja, okay, dann musst du mir... Hast du... Du hast doch mehr MP, ne? Noch. Weiß ich nicht. Geh mal hinter deinen Kontin. Hier liegt ein Minigun. Ist mir egal. Werf mal ein paar Munitions-Dinger runter für die MP. MP, MP, MP. Welches MP? Oben rechts, einfach nur, äh, am besten... Okay, mach, 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 mach. So, jetzt kommen die ganzen Gegner. Okay, verschwindet. Die Waffen musst du alle nachkaufen, das weißt du, ne? Ja. Ich wollte eigentlich Munition und nicht gleich die Waffen, aber ich bin vollkommen zufrieden. Du hast mir auch deine Sturmgewehre gegeben, das weißt du. Scheiße. Ich hab ein Sturmgewehr. Ah, ich auch. So, wo bleiben denn die ersten Kandidaten hier? Die ersten Kandidaten für Volkstv. Du warst Volkstv? Ja. Oh, die haben ja schon Minigun, Alter. Wie wir jetzt so dritt auf einem Platz sind. Das ist Dead's True Love. Dead's True Love. Ich würde abhauen, aber ich weiß, dass ich sterbe. Komm schon. Ja. Von Mann zu Frau, von rechts nach links, durch Dunkelheit ans Tageslicht, von unten ohne. Das ist nicht in Spassi. Von toller Anziehung. Hallo, sonst kriegen wir nachher noch einen Strike. Ja, stimmt. Gamer. Ja. Oh. Da unterhalten wir uns doch mal über die nette Gamer, die uns alles viel schöner macht. Nee, das machen wir immer besser nicht. Ey, es gibt jemanden, der... Scheiße, ist ein Tod. Okay, jetzt liegt es mit an mir. Nur an dir. Okay, stimmt auch wieder. Nein. Oh, ich lebe. Ich lebe. Bitte jetzt keine Scheiße bauen. Scheiße. Nein. Es liegt natürlich an mir. Ja, wie immer, wie immer. Komm, 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 komm. Nein, komm bitte. Komm schon. Achtung. Oh, komm bitte, versau das nicht. Ihr habt es versaut. Ich muss es jetzt wieder gerade bügeln. Ja, gut, aber... Nein. Nein. Oh, ich habe mich gerade einmal zu viel verdrückt. Oh, Junge. Jetzt ist ein Problem gelöst. Jetzt habe ich Snacks auf. Immer wieder während des Kampfes fressen. Wer macht sowas nicht? Scheiße. Scheiße, Alter. Der ist direkt bei dir. Oh. Wo denn? Meinst du, du kriegst das noch hin? Füllen wir es raus? Hilfe. Was hast du da? Die Leiche ist durch... Die Leiche ist durch den... Durch den Truck durchgeknallt. Pass auf. Der nimmt sich jetzt schon... Oh Gott, nein. Nein. Oh Gott, nein. Das ist Selbstmord. Pass auf, die kommen jetzt gleich um die Ecke, wa? Oh mein Gott. Diese Spannung, pures Adrenalin. Oh ja. Komm, kill den da eben. Headshot. Alter. Ei, ei, ei. Aber es bleibt spannend. Ach, da ist er. Ich sehe es. Ich versuche gerade... Warum schießt der nicht, wenn der mich im Visier hat? Na, ich bin ja froh drüber, aber trotzdem. Also ich muss sagen, die Soldaten wurden richtig gut ausgebildet. Also in das Bootcamp von denen würde ich gerne mal rein. Okay. Warum schwebt der Truck? Oh Gott. Da ist ja noch einer. Hilfe, Hilfe. Soll ich euch zeigen, was man früher unter Ausräuchern oder Ausbomben verstanden hat? Ja, was denn? Das da. Boah. Und das ist die Unterhaltung der Kinder von früher. Ja, gut. Also ich meine mit Waffen spielen jetzt nicht. Hä, wo ist denn der? Da. Ach, da. Den letzten verprügel ich. Ach, der ist schon tot. Wir haben es geschafft. Gut. Was heißt wir? Ja, du hast es geschafft, ja. Schon besser. Ja. Ja. Meine. Danke für die Waffen, die ich bekommen habe. Gut, danke. Falls ihr mich sucht, ich bin jetzt in meinem Eck. Das ist dort gefährlich, also bitte nicht stören. Okay. Die stehen. Aber 4, 3, 2, wenn ich es nicht schaffe, spawnen dort Gegner und dann bin ich richtig am Arsch. Hab's geschafft. Ach ja, hier ist ja die Schutzweste, das wirkungsvollste überhaupt ganz vergessen. Scheiße. Schau mir jetzt so, ist das interessant als ein Lappen. Scheiße. Hey, René, deine Munition hat es gebracht. Warum? Das ist fast alle. Sind die drei Waffen oder so, die geben die voll auf. Das ist so eine Munition. Viel Spaß, René. René, viel Spaß, ne? Wir haben die zwei Kuppertäne. Wir haben die zwei Kuppertäne. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Erst die Schützen rausholen. Also die Schützen, nicht dein Schützling. Deinen Dödel will keiner sehen. Wer nennt dein Schützling? Wir sind auf jeden Fall gespannt, René. Oh Gott. René, komm, die Hälfte ist hinter dir. René, René, René. René, René. Der hat ne Minigun, pass auf. Oh, der ist direkt vor dir. Gleich nicht mehr, guck hin. Oh, der rennt rein. Der hat Skill. Ja. Scheiße. So, wie macht man nochmal den Filter? Nein. Ja, ich nehm den Drogenkonsumfilter jetzt nicht alles in Drogenkonsumform. Drogenkonsumform? Ich bin so am Arsch. Ja, alles in Hot Pink, René. Oh, geil. Oh Gott, in Wärmepildfarben. Ey, das funktioniert sogar, das Bärmebild, René. Okay. Cool. Ach, das ist ja gut. Alles in grün. Alles in farbenblinder Version. Ja. Und schwarz-weiß. Rot. Grün. Blau. Ja, gleich habe ich alle Farben durch. Ah, hier, das wollte ich. Überall, der Verdächtige wurde als Kriminaler mit dem Straßen- und Multicrash-Gamer identifiziert. Ich krieg die Helikopter, glaube ich, nicht. Schützen sind jetzt gleich alle weg. Ja, noch zwei. Der, bring deine Waffe mit zum Arbeitstag, wurde gecancelt. Bring deine Waffe mit zum Arbeitstag, wurde gecancelt. Bring deine Waffe mit zum Arbeitstag. Ja, komm, komm jetzt mal aus deinem Versteck da raus. Der Verteidiger wurde als ein Mitglied der Crew, die Schnuckis identifiziert. Scheiße, die schießen mich schon ab, hier drunter. Ja, ich sehe schon die Löcher. Äh, lol. Der eine ist einfach Richtung Boden geflogen. Scheiße, du stirbst. Nein, mein Heli. Beim letzten. Ach, scheiße. Beim vorletzen. Scheiße, wir hätten auch 2000 mehr bekommen. Wir haben jetzt nur 10.000 gekriegt. 14.000. Ja, dann war es das jetzt vom Video, ne? Auf Wiedersehen. Wir sehen uns im Kindergarten. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Also von daher, haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss. Ciao. Servus. 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 Servus.